Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, Tipps und Tricks. So, dann haben wir Besuche eine Risszone. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, die Risszonen momentan hier bei Tilted und bei Retail Row. So wie es aussieht, lande ich am besten bei... Gehen wir direkt nach Retail Row. So, bedeutet, ich springe jetzt hier ab. Und da seht ihr sie auch schon. Wir haben inzwischen drei Stück. Das sind diese Blasen hier auf der Map. Da hinten ist eine, dort ist eine, hier ist eine. Das sind diese Rift-Zonen. Da lande ich jetzt und dann haben wir auch diese Aufgabe erfüllt. Einfach nur in diese Zone rein. Das sind die Rift-Zonen. Und dann haben wir es. Und das war's. Besuche eine Riss-Zone. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen da oben da. Schreibt uns in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es jetzt mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite, Tipps und Tricks mit mir, der man gleich schaut rein. Macht's gut, bis dann und tschüss. inn. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Stufenaufstieg, jetzt die 33, da noch einen weiteren Stern, dafür, dass ich das geschafft habe, jippie, gucken wir uns die nächsten gleich an.